Ein Tag mit dem Fremden. Na, und was machen wir heute? fragte der Sohn. Naja, wir warten es einfach ab und sehen, was uns der Tag bringt, sagte die Mutter. Dann gingen sie auf die Straße vor die Tür und überlegten, ob sie nach links oder nach rechts gehen sollten. Da kam ein Fremder auf sie zu und sagte, Verzeihung, ja, sagte der Sohn und ja, sagte die Mutter, ist hier vielleicht die Franz-List-Straße? Nein, sagte der Sohn und nein, sagte die Mutter, ist hier vielleicht die Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße? Nein, sagte der Sohn und nein, sagte die Mutter. Ist hier vielleicht die Richard-Wagner-Straße? Sind wir etwa in einem Komponisten-Quiz oder wie? sagte der Sohn. Nein, nein, sagte der Fremde, ich wollte nur fragen, darf ich euch vielleicht zu einem Eis einladen? Ja, sagte der Sohn und die Mutter sagte, naja, solch ein seltsamer Annäherungsversuch war ja noch nie vorgekommen. Also gingen sie in das nächste Eiskaffee, das natürlich in der Giseppe Verdi-Straße war und bestellten sich alle ein Eis. Die Mutter war gespannt, was ihr der Tag noch bringen würde.